Klemens Bomsdorf, so werden sie reich wie Norwegen. Genial einfach ein Vermögen aufbauen. Norwegen, ein Land von unbestreitbarem Wohlstand, sticht besonders hervor. Im Jahr 2016 rangierte sein Bruttoinlandsprodukt ProKopf auf dem dritten Platz weltweit. Das Geheimnis dieses wirtschaftlichen Erfolgs? Rohel. Doch hier liegt der Clou. Die Einnahmen werden nicht einfach verprasst, sondern intelligent investiert. Hierfür wurde eigens der mächtige Staatsfonds, auch als Ölfonds bekannt, ins Leben gerufen. Dieser Fonds ist mittlerweile der größte seiner Art weltweit und so überwältigend erfolgreich, dass viele Menschen sich fragen, wie schaffen die Norweger das bloß. Klemens Bomsdorf, ein erfahrener Journalist, der lange in Skandinavien gelebt hat, hat den norwegischen Staatsfonds genauestens unter die Lupe genommen. Er hat sich die Fragen gestellt, welche Anlagen sind in diesem Fonds? Und nach welchen Prinzipien investieren die Norweger ihr Geld? Aus diesen Erkenntnissen hat er das Buch So werden sie reich wie Norwegen entwickelt und eine Anlagestrategie abgeleitet, die wir dir in den folgenden Abschnitten vorstellen werden. Zu Beginn werden wir dir erläutern, welche Aufgaben der norwegische Staatsfonds tatsächlich übernimmt und wie einzigartig seine Anlagestrategie ist. Im zweiten Abschnitt erfährst du, wie auch du diese norwegischen Prinzipien in deiner eigenen Finanzstrategie umsetzen kannst. Mit vergleichsweise wenig Aufwand, geringen Kosten und einem überschaubaren Risiko kannst du eine beeindruckende jährliche Rendite von 4 bis 7 Prozent erzielen und dabei langfristig dein Vermögen stetig ausbauen. In den kommenden Abschnitten erfährst du außerdem, was norwegische Politiker so besonders macht und wie sie zum Wohlstand ihres Landes beitragen, wie ein optimaler Mix verschiedener Vermögensklassen aussehen sollte und warum Geduld dir am Ende höhere Renditen bescheren wird. Bist du bereit, den Weg zum Reichtum nach norwegischem Vorbild zu beschreiten? Dann lass uns gemeinsam die Geheimnisse und Strategien enthüllen, die Norwegen so erfolgreich gemacht haben. Kernaussage 1. Die Geschichte des norwegischen Reichtums. Hast du schon einmal vom norwegischen Staatsfonds gehört? Nein? Du verpasst etwas Großartiges. Er ist nicht nur der größte Fonds der Welt, sondern gilt auch als einer der am klügsten gemanagten. Dieser Fonds hat quasi aus dem Nichts ein riesiges Vermögen aufgebaut, indem er konsequent und risikoarm investierte. Seine Strategie hat sich während unterschiedlicher Marktzyklen bewährt und könnte durchaus als Blaupause für Privatanleger dienen. Doch wie kam es dazu und was hat der Fonds in der Vergangenheit richtig gemacht? Die Geschichte begann in den 1960er Jahren, als erstmals Ölvorkommen vor Norwegens Küste entdeckt wurden. Norwegische Politiker legten von Anfang an Wert darauf, dass die Bürger von diesem Reichtum profitieren sollten, nicht nur durch die Kontrolle über die Bodenschätze, sondern auch durch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Die Ölindustrie zahlte großzügige Löhne und zog auch die Löhne in anderen Branchen an. Dies führte mittelfristig jedoch zu steigender Inflation. Als dann der erste Ölpreisschock eintrat, sank die Nachfrage nach norwegischem Rohöl und das Wirtschaftswachstum brach ein. Gleichzeitig stiegen die in Fremdwährung aufgenommenen Schulden. Die norwegischen Politiker hielten an ihrer langfristigen Perspektive fest. Sie wollten die Wirtschaft Norwegens weniger abhängig vom Öl machen und die bisherigen hohen Exportüberschüsse vermeiden, da diese Wechselkurse und Inflation beeinflussten. Daher entschieden sie, die Zahlungsüberschüsse aus dem Ölexport vollständig im Ausland anzulegen. Mit anderen Worten, das Öl verließ das Land, aber das Geld, das sie dafür erhielten, gelangte nicht in den norwegischen Wirtschaftskreislauf. Mitte der 1990er Jahre entstand der sogenannte Ölfonds. In diesem staatlich verwalteten Investmentfonds werden sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf von norwegischem Rohöl und Erdgas angelegt, nicht nur ein Teil davon. Der Ölfonds investiert weltweit, langfristig und nach ethischen Grundsätzen. Sein vorrangiges Ziel besteht darin, für die finanzielle Zukunft aller norwegischen Bürger vorzusorgen, für den Fall, dass die Einnahmen aus Öl und Gas irgendwann versiegen. Im Gegensatz zu Privatanlegern, die oft aus dem Bauch heraus handeln, unterliegt der Ölfonds klaren Regeln und Vorgaben. Sein vorrangiges Ziel ist es, das Geld unter Berücksichtigung von Risiko und Rendite langfristig optimal anzulegen. Schließlich trägt der Fonds die Verantwortung für die finanzielle Zukunft zahlreicher kommender Generationen, weshalb Transparenz großgeschrieben wird. Fazit. Der norwegische Ölfonds stellt eine risikoarme und rentable Investition in die Zukunft dar und könnte Privatanlegern daher als Vorbild dienen. Seit 1998 ist der Ölfonds auf mehr als eine Billion Euro angewachsen, was einem Wert von etwa 190.000 Euro pro Einwohner entspricht. Kernaussage 2. Auf die richtige Mischung kommt es an. Seit 1998 erzielt der norwegische Ölfonds im Durchschnitt eine beeindruckende Bruttorendite von über 6 Prozent pro Jahr, bevor Kosten, Inflation und Steuern berücksichtigt werden. Die Erträge schwanken von Jahr zu Jahr aufgrund der Börsenentwicklung. In einigen Jahren können sogar Verluste auftreten, während in anderen zweistellige Renditen erzielt werden. Auf lange Sicht investiert der Fonds jedoch äußerst erfolgreich. Doch wie genau funktioniert das? Die kontinuierlichen Erträge sind möglich, weil der Ölfonds seine Investitionen über verschiedene Anlageklassen, Branchen und Regionen hinweg diversifiziert. Der Fonds investiert in drei Hauptanlageklassen. Aktien, Anleihen und Immobilien. Aktien sind stärkeren Schwankungen unterworfen und daher riskanter, versprechen jedoch auch höhere Renditen. Da der Ölfonds eine langfristige Perspektive verfolgt, liegt der aktuelle Schwerpunkt bei etwa 70 Prozent in Aktien. Immobilien bilden nur einen geringen Anteil des Portfolios. Der Rest wird in Anleihen investiert, da die Verantwortlichen gemäß der modernen Portfolio-Theorie das beste Risikorendite-Verhältnis in dieser Mischung sehen. Das Verhältnis von Aktien zu Anleihen und Immobilien wird regelmäßig überprüft und an die festgelegten Zielvorgaben angepasst. Ein Vorgang, der auch als Rebalancing bezeichnet wird. Im Bereich der Aktieninvestitionen orientiert sich der Ölfonds am EFCE Global All Cap, einem Aktienindex, der etwa 8000 Aktien großer, mittelgroßer und kleiner Unternehmen weltweit umfasst. Allerdings weicht der Fonds leicht von diesem Index ab, indem er europäische Aktien übergewichtet und US-amerikanische Aktien untergewichtet. Zusätzlich können sowohl einzelne Regionen als auch Branchen über- oder untergewichtet werden. Darüber hinaus gibt es eine schwarze Liste von Unternehmen, in die aus ethischen Gründen nicht investiert wird. Dazu gehören beispielsweise Energieversorger wie Tata Power, Unternehmen, die teilweise oder ausschließlich Rüstungsgüter herstellen, wie Lockheed Martin, Honeywell International, Airbus, Boeing oder auch Tabakkonzerne. Im Bereich der Anleiheinvestitionen hatte der Ölfonds bisher etwa 70 Prozent in Staatsanleihen und 30 Prozent in Unternehmensanleihen investiert. Aufgrund der engen Verflechtung von Aktien und Unternehmensanleihen bei denselben Unternehmen wurde vor kurzem beschlossen, nur noch in Staatsanleihen zu investieren. Der norwegische Ölfonds basiert somit auf einem ausgewogenen Vermögensklassenmix. Etwa zwei Drittel des Portfolios bestehen aus Aktien, ein Drittel aus Anleihen und es gibt eine Beimischung von Immobilien. Der Zinseszinseffekt verstärkt die Rendite des Fonds und er wird umso stärker genutzt, je länger der Anlagehorizont ist. Inzwischen übersteigen die Erträge aus Zinsen und Dividenden die neuen Einlagen in den Fonds. Kernaussage 3. Ein Blick in das Portfolio des Ölfonds. Der norwegische Ölfonds setzt auf eine ausgewogene Verteilung seiner Investments in Aktien, Anleihen und Immobilien. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Anlageklassen. Beginnen wir mit den Aktieninvestitionen. Ende 2019 waren etwa 71% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Nordamerika, gefolgt von Europa, während Afrika mit weniger als einem Prozent das Schlusslicht bildet. Der Fokus der Aktieninvestitionen liegt somit auf großen etablierten Volkswirtschaften. Dennoch sind auch Aktien aus weniger entwickelten Schwellenländern, den sogenannten Emerging Markets, im Portfolio vertreten. Ihr Anteil beträgt hier 11%, da diese Märkte langfristig eine höhere Rendite versprechen, jedoch auch mit höheren Risiken verbunden sind. Ebenfalls werden Aktien kleinerer Unternehmen stärker gewichtet, da sie im Durchschnitt ähnlich wie Aktien aus den Emerging Markets eine höhere Rendite erzielen. In Bezug auf Anleihen betrug Ende 2019 etwa 26% des Fondsvermögens. Etwas mehr als die Hälfte dieser Anleihen sind Staatsanleihen. Ähnlich wie bei den Aktieninvestitionen liegt der Schwerpunkt der Anleihen auf Nordamerika und Europa. Dennoch sind auch andere Länder und Währungen im Portfolio vertreten, wie japanische Yen, mexikanische Peso oder brasilianische Real. Der Anteil von Emerging Markets in diesem Bereich beträgt 9%. Die verbleibenden 43% entfallen derzeit auf Unternehmensanleihen und gedeckte Schuldverschreibungen wie Pfandbriefe oder ähnlich gesicherte Anleihen. Der Bestand an Unternehmensanleihen soll jedoch zukünftig zugunsten von Staatsanleihen reduziert werden. Die Bonität, also die Kreditwürdigkeit der Anleiheschuldner, ist generell hoch. Nur 2% der Anleihen fallen in den spekulativen Bereich. Die dritte Anlageklasse, in die der Ölfonds investiert, sind Immobilien. Ende 2019 betrug das in Immobilien investierte Volumen knapp 3%. Der Fonds konzentriert sich hier auf Büro-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien in Top-Städten wie New York, London, Paris oder München. Was können wir aus all dem lernen? Der norwegische Ölfonds streut seine Investitionen weltweit, legt jedoch einen besonderen Fokus auf entwickelte Länder wie Nordamerika und Europa. Aber was ist das Geheimnis seines Erfolgs? Das erfährst du im nächsten Abschnitt. Kernaussage 4. Die 5 Prinzipien der norwegischen Investmentstrategie. Die erfolgreiche Investmentstrategie des norwegischen Staatsfonds basiert nicht auf einer magischen Formel, sondern auf klaren Anlagerichtlinien, Leitlinien und Regeln. Hier sind die 5 wichtigsten Prinzipien der norwegischen Investmentstrategie. Prinzip 1 Passivität. Investiere passiv und orientiere dich an Indexfonds. Dies spart Zeit und Kosten, da geringere Gebühren zu höheren Erträgen führen. Prinzip 2 Diversifikation. Streue dein Vermögen über verschiedene Anlageklassen, um das Verlustrisiko zu minimieren. Plane sorgfältig deine Strategie und wähle eine Mischung aus Aktien, Anleihen und gegebenenfalls Immobilien, die zu deinem verfügbaren Vermögen und deiner Risikotoleranz passt. Innerhalb dieser Anlageklassen solltest du auch geografisch und nach Unternehmensgröße diversifizieren. Das jährliche Wiederherstellen deiner Zielquoten, also das Rebalancing, ist entscheidend. Prinzip 3 Langfristiger Anlagehorizont. Längeres Investieren ermöglicht es, höhere Risiken einzugehen und somit eine höhere Rendite zu erzielen. Auch wenn du bereits im Ruhestand bist, ist es ratsam, einen gewissen Aktienanteil beizubehalten. Das Prinzip Kaufen und Halten bringt oft bessere Ergebnisse als ständiges Verfolgen neuer Trends. Prinzip 4 Beständigkeit. Investiere regelmäßig und unabhängig von der Marktlage. Ein konstanter monatlicher Beitrag, der sich an deinem Einkommen orientiert, hilft, die Auswirkungen der Inflation auszugleichen. Wenn dein Einkommen steigt, erhöhe auch deinen monatlichen Beitrag. Prinzip 5 Ethik. Achte auf ethische und nachhaltige Investitionen. Vermeide Unternehmen, die Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung, Waffenherstellung, Tabakprodukte oder schwere Korruption betreiben. Für deinen privaten Konsum kannst du noch einen Schritt weiter gehen, indem du Produkte von Unternehmen bevorzugst, die ethisch korrekte Produktionspraktiken aufweisen. Zusammengefasst. Investiere langfristig, regelmäßig, nachhaltig, diversifiziert und orientiere dich an Indexfonds. Nutze Aktien kleinerer Unternehmen und aus den Emerging Markets, um deine Rendite zu steigern. Jetzt, da wir die Theorie behandelt haben, ist es an der Zeit, zur Umsetzung überzugehen. In den folgenden Abschnitten erfährst du, wie dies funktioniert und welche Produkte dir dabei helfen können. Kernaussage 5. Baue deinen persönlichen Zukunftsfonds. Die drei Stellschrauben für den privaten Vermögensaufbau. Nachdem wir uns die norwegische Investmentstrategie angesehen haben, werfen wir nun einen praktischen Blick darauf, wie du als Privatanleger diese Strategie in die Tat umsetzen kannst. Wir werden uns die drei Hauptbereiche Aktien, Anleihen und Immobilien nacheinander ansehen. Doch zuerst einige grundlegende Überlegungen zum Investieren. Im Jahr 2021 hatte jeder Norweger, wie bereits erwähnt, etwa 190.000 Euro im Staatsfonds. Wenn du eine ähnliche Summe ansparen möchtest, gibt es verschiedene Stellschrauben, die du beachten solltest. Die erste Stellschraube ist ein Anlagehorizont. Nach norwegischem Vorbild sollte dieser mindestens 10 bis 15 Jahre betragen. Selbst wenn du kurz vor der Rente stehst, bedeutet das nicht unbedingt, dass du dein gesamtes Geld auf einen Schlag benötigst. Du kannst monatlich einen bestimmten Betrag aus deinem Zukunftsfonds abheben, anstatt weiterhin in ihn zu investieren. Dies kann als eine Art private Zusatzrente dienen. Die zweite Stellschraube ist deine monatliche Sparrate. Wie viel Geld kannst du monatlich zurücklegen? Kannst du deine Fixkosten senken, auf unnötige Ausgaben verzichten oder bewusster konsumieren, um dieses Geld in deinen Zukunftsfonds zu investieren? Falls du bereits Wertpapiere oder Rücklagen auf einem Tagesgeld oder Sparkonto hast, kannst du dieses Geld ebenfalls in deinen Zukunftsfonds investieren. Wenn du mehr verdienst, solltest du deine monatliche Sparrate erhöhen, mindestens um die Inflationsrate. Umgekehrt gilt, wenn sich deine finanzielle Situation verschlechtert, beispielsweise durch Arbeitslosigkeit, kannst du deine Sparrate reduzieren. Die dritte Stellschraube, die Rendite, kann nur indirekt durch die Auswahl deines Vermögensklassenmix beeinflusst werden. Hierbei spielt neben deiner persönlichen Risikobereitschaft auch dein Anlagehorizont eine entscheidende Rolle. Als Faustregel gilt, ziehe dein Lebensalter von 100 ab und das Ergebnis entspricht dem Prozentsatz, den du in Aktien investieren solltest. Wenn du beispielsweise 30 Jahre alt bist, solltest du etwa 70 Prozent deines Vermögens in Aktien anlegen, während du als 70-jähriger Investor dein Risiko senken und eine Aktienquote von etwa 30 Prozent wählen würdest. Beachte jedoch, dass mit einer niedrigeren Aktienquote auch die erwartete Rendite sinkt. Das Endergebnis, dein angespartes Vermögen, hängt von der Interaktion dieser drei Stellschrauben ab. Anlagehorizont, monatliche Sparrate und Rendite. Wenn du ein bestimmtes Vermögen anstrebst, ist es entscheidend, so früh wie möglich anzufangen. Dies liegt auch am Zinseszinseffekt. Je höher deine Rendite und je länger dein Anlagehorizont sind, desto weniger musst du monatlich investieren, um dein Ziel zu erreichen. Kernaussage 6. Baue deinen persönlichen Zukunftsfonds. Anleihen. Die erste Säule deines persönlichen Zukunftsfonds sind Anleihen. Was können wir von den Norwegern in diesem Bereich lernen? Obwohl der norwegische Ölfonds bei Anleihen weltweit investiert, beschränkt er sich auf die wichtigsten Währungen. Clemens Bombsdorf empfiehlt Privatanlegern sogar, Anleihen ausschließlich in ihrer Heimatwährung zu kaufen. Dies liegt daran, dass Währungsschwankungen bei Anleihen aufgrund ihrer niedrigeren Renditen stärker ins Gewicht fallen. Das ist jedoch kein Problem, da Staaten außerhalb der Eurozone Anleihen in Euro emittieren. Die Kurse von Anleihen schwanken je nach Bonität des Emittenten, Restlaufzeit und Zinsniveau. Der Ölfonds versucht, dieses Risiko zu minimieren, indem er nur noch in Staatsanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren investiert. Wenn du dich nicht gut mit dem Kapitalmarkt auskennst oder nur begrenzt Geld investieren kannst, bietet sich ein ETF-Sparplan an. ETFs, Exchange Traded Funds, sind Indexfonds, die einen Index 1 zu 1 nachbilden. Diese passive Struktur senkt die Kosten und kann deine Rendite steigern, ähnlich wie der norwegische Ölfonds, der ebenfalls indexnah investiert. Um eine Anleihenquote ähnlich dem norwegischen Vorbild zu erreichen, empfiehlt Bombsdorf einen einzigen ETF mit einer Restlaufzeit von maximal 10 Jahren, der in Euro denominierte Staatsanleihen enthält. Du kannst Produkte dieser Art auf der Website justetf.com finden. Ein Beispiel ist der SPDR Bloomberg Barclays 7-10-Year-Euro-Government-Bond-ETF. Du kannst auch ETFs mit anderen Laufzeiten oder Schwerpunkten außerhalb der Eurozone in Betracht ziehen. Achte jedoch genau darauf, in welche Länder und Laufzeiten der ETF investiert. Diese Informationen findest du auf Finanzportalen oder den Websites der Anbieter. Die Namen allein geben nicht immer Aufschluss über den Inhalt. In Bezug auf Nachhaltigkeit bieten Anleihen-ETFs derzeit noch begrenzte Optionen. Es gibt nur wenige sogenannte Green Bonds. Du könntest stattdessen deutsche Bundesanleihen oder einzelne Green Bonds in Betracht ziehen. Das Rebalancing, also das Ausrichten auf deinen ursprünglich geplanten Vermögensmix, ist in der Regel einfacher mit ETFs. Für deine erste Fondsäule gilt daher, Staatsanleihen in Euro, die durchaus weltweit gestreut sein können, tragen zur Stabilität bei. Wenn du es einfacher magst, kannst du das Thema Anleihen also mit einem einzigen ETF abdecken. Bei Aktien wird die Sache bereits komplexer und das Thema Nachhaltigkeit kommt stärker ins Spiel. Kernaussage 7. Baue deinen persönlichen Zukunftsfonds, Aktien. Was können wir in Bezug auf Aktien von den Norwegern lernen? Clemens Bombsdorf empfiehlt auch hier ETFs, jedoch maximal zwölf verschiedene. Die Beträge für jeden ETF sollten ausreichend groß sein, um Transaktionskosten zu minimieren. Der norwegische Ölfonds investiert weltweit und das solltest auch du bei deinem Aktienportfolio anstreben. Bombsdorf empfiehlt folgende Aufteilung. 80% Industrieländeraktien, davon 80% in Large Caps und 20% in Small Caps. Geografisch verteilt sich der 80%ige Anteil an Industrieländern wie folgt, 44% in Nordamerika, 44% in Europa und 12% in Asien und Ozeanien. Die verbleibenden 20% des Aktienanteils werden in Schwellenländern investiert. Hier wird keine weitere Unterscheidung nach Unternehmensgröße oder Regionen vorgenommen, um die Diversifikation übersichtlich zu halten. Zum Beispiel bei einem Aktienanteil von 70% ergibt sich folgendes Portfolio. 28% Aktien, Large Caps Nordamerika, 28% Aktien, Large Caps Europa, 8% Aktien, Large Caps Asien und Ozeanien, 7% Aktien, Small Caps Nordamerika, 7% Aktien, Small Caps Europa, 2% Aktien, Small Caps Asien und Ozeanien, 20% Aktien, Schwellenländer. Bei einem anderen Aktienanteil kannst du die Quoten nach den obigen Vorgaben selbst berechnen. Bei Aktien-ETFs solltest du replizierende ETFs den synthetischen vorziehen. Replizierende ETFs kaufen tatsächlich die Aktien, die dem Index entsprechen und im Fonds entsprechend gewichtet sind, während synthetische ETFs den Index künstlich über Tauschgeschäfte nachbilden. Auf justetf.com kannst du Fonds nach Ländern, Unternehmensgrößen und anderen Kriterien filtern, um deinen Zukunftsfonds gemäß dem norwegischen Vorbild zusammenzustellen. Bei der Anzahl der ETFs bist du flexibel, aber mit sieben ETFs kannst du das norwegische Portfolio ziemlich gut abbilden. Wenn du gerade erst mit deinem Zukunftsfonds anfängst, kannst du dich zunächst mit weniger ETFs an die optimale Zusammensetzung herantasten. Für Industrieländer könntest du zum Beispiel den UBS MSCI World SRE verwenden und für Emerging Markets den iShares MSCI EM SRE. In diesen ETFs werden ethische und moralische Aspekte berücksichtigt, was normalerweise an den Kürzeln SRE, sozialverantwortliche Anlagen, oder ESG, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, erkennbar ist. Einige Anbieter verwenden Negativlisten, andere verfolgen einen Best-in-Class-Ansatz. Das bedeutet, sie investieren nur in die führenden Unternehmen einer Branche, wie beispielsweise im Fall des Ölriesen Total. Diese Ansätze sind noch nicht perfekt, aber ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiges Investieren. Zusammengefasst, dein Hauptanteil in deinem Zukunftsfonds sollte aus weltweit gestreuten Aktien bestehen, da langfristige Währungsschwankungen weniger ins Gewicht fallen und höhere Renditen versprechen. Die beiden wichtigsten Anlageklassen, Aktien und Anleihen, sind damit abgedeckt. Bleibt noch die Frage nach der Beimischung von Immobilien. Kernaussage 8. Beginnen wir mit einer entscheidenden Frage auf deinem Weg zu finanzieller Sicherheit. Solltest du in Immobilien investieren? Diese Frage ist grundlegender als man denkt, denn im Vergleich zum norwegischen Ölfonds, der bis zu 7% in Premium-Gewerbeimmobilien anlegt, stehen wir als Privatanleger vor ganz anderen Herausforderungen. Denke zuerst darüber nach, ob eine eigengenutzte Immobilie für dich in Frage kommt. Falls ja, dann verlagert sich der Fokus von einer strategischen Anlage hin zu einem persönlichen Heim. Bedenke dabei, dass Geld, das in eine Immobilie fließt, nicht in deinen Zukunftsfonds investiert werden kann. Überlege dir die Gesamtkosten, nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Nebenkosten, Instandhaltung und Zinsen für deine Hypothek. Erst im Nachhinein wirst du sehen, ob deine Immobilie oder dein Zukunftsfonds die bessere Rendite erzielt hat. Eine Alternative zu direkten Immobilieninvestitionen sind Immobilien-ETFs oder RATs. REITs, also Real Estate Investment Trusts, sind Unternehmen, die mit Immobilien handeln und einen Großteil ihrer Gewinne ausschütten. Denke daran, diese Erträge wieder anzulegen, um den Zinseszinseffekt zu maximieren. Ein Beispiel für einen attraktiven Immobilien-ETF ist der iShares Developed Markets Property Yield ETF. Jedoch ist Vorsicht geboten bei offenen oder geschlossenen Immobilienfonds, denn diese können teuer, intransparent und in Krisenzeiten schwer verkäuflich sein. Zusammengefasst, Immobilien sind eine bindende Anlage. Überlege dir also gut, ob und wie Immobilien Teil deines finanziellen Zukunftsplans werden sollen. Jetzt bist du dran. Eröffne ein Online-Depot, lege einen Sparplan fest, der zu deiner Risikobereitschaft passt und denke daran, mindestens einmal jährlich ein Rebalancing durchzuführen. Mit der richtigen Strategie kannst auch du ein Vermögen aufbauen, das sich sehen lassen kann. Zusammenfassung zum Buch von Clemens Bombsdorf, so werden sie reich wie Norwegen. Lass uns die Lektionen des norwegischen Ölfonds Revue passieren. Eine kluge Investitionsstrategie für die Zukunft, basierend auf einer ausgewogenen Mischung aus Aktien, Anleihen und einer Prise Immobilien. Der Schlüssel zu seinem Erfolg? Ein ausbalanciertes Verhältnis von Risiko und Rendite, niedrige Kosten, eine Weitsicht in der Planung und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit. Ein weiteres Plus, vollständige Transparenz. Jeder Aspekt seiner Strategie und Investitionen ist online für alle einsehbar. Nun, das ist dein Wegweiser als Privatanleger. Um deinen eigenen Zukunftsfonds nach diesem bewährten Modell aufzubauen, beginne mit der Entscheidung für deinen idealen Vermögensmix. Wähle danach sorgfältig passende ETFs aus und setze einen regelmäßigen Sparplan auf. Mit Geduld, einem langfristigen Anlagehorizont und jährlichem Rebalancing deines Portfolios wirst du eine Rendite erzielen, die sich mit dem sprudelnden Erfolg Norwegens messen kann. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer neuen Buchzusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!